Herzlich willkommen zu diesem 360-Grad-Video. Sie befinden sich hier in einem Serverraum. Sie schauen jetzt gerade auf zwei Serverschränke vor Ihnen. Auf der Seite haben Sie auch einige Serverschränke bzw. absperrbare Bereiche. Wir werden uns dann im nächsten Videoclip zum linken Serverschrank begeben. Schauen Sie sich um, erkunden Sie die Umgebung eines Serverraums. Jetzt sind wir beim linken Serverschrank und stehen hier vor einem offenen Serverrack. Sie sehen unten die klassischen Höheneinheiten an Rechnern, an verbauten Rechnern. Und Sie sehen oben handelsübliche Rechner, verbaut in einem Rack. Beim unteren handelt es sich um die klassischen Servereinheiten für die Lernplattform. Und die oberen Elemente sind sogenannte Encoding-Cluster für die Videoverarbeitung. Also für alles, was irgendwie aufgenommen und weiterverarbeitet wird. Schauen Sie sich auch hier um. Und ich